großartiger leistung wieso so sieht es in meinem zimmer auf dem teppich boden aus das schöne ist ja ist da auch schnee in deinem bad nee das ist eher grün was da bei mir noch so licht mein bruder behauptet ständig ist schimmel aber was weiß der schon so gibt es hier noch mehr energiequellen in der nähe oder ich gehe mal kurz suchen und ich kann es nicht mehr so groß könnte sagen dass du deinen feind triffst der hat nur panzer das hast du das letzte mal auch gesagt und er hat ja gar keine panzer hallo fahr daher hallo mann scheiße und dämlich einhalten wir sind gegenüber das ist ja auch ganz toll ach da unten geht es nicht weiter ach so das ist schon mal gut bin ich schon mal dafür ich bin ganz unten rechts oder wie sehe ich das ja ich bin unten rechts unten rechts bin rechts und ich bin oben links bin rechts ich heirate mal eine frau die mit nachnamen braun heißt und meine tochter nenne ich dann eva das kommt bestimmt gut wenn sie dann in die schule kommt und dann fragt die lehrerin na wie heißt du eva braun ich habe eine karte gut als nächstes brauche ich ein ein power modul brauche ich ich brauche energie viel energie habe ich beschlossen und es scheint hier keine weiteren energie ressourcen zu geben als die vier hast du auch nur vier ich habe auch nur vier ja gut dann werde ich hier auch gar nicht was weiter suchen weil sonst stehe ich in der feindlichen basis haben wir schon irgendwelche power power türme ja ja also ich würde mal sagen in der mitte gibt es vielleicht noch was wir haben lenser bunker jetzt schon hast du die schon erforscht oder was nein die hat man im t2 hat man die verarbeitet waren aufhängungen nicht widerstandsfähig als bunker mir warst du als hätte ich immer ewig die aufhängungen gebaut hast du auch auch viele ich habe trotzdem immer gewonnen also na gut gegen bunker basta haben die bunker natürlich keine chance ne dass du einen besseren aufhängung hast oh ich würde aufhängen wie beim letzten mal ich weiß halt was gut ist und gegen also wenn vier anwerfer kommen dann haben die bunker auch schlechte karten ist ja voll unrealistisch ansonsten sind die bunker besser ich baue wieder aufhängungen und zwar reichlich davon kannst du auch türme bauen ach ne diese gibt es hier gar nicht waren die nicht eh scheiße ach doch da ein türme gibt es ja was soll es wenn die scheiße gewesen wären so ich brauche jetzt paar researchdinger dem was es gibt brauche jetzt mal forschungslabore hier 5 an der zahl wieder so aufhängung 1 ist fertig das sieht so überzogen aus voll die riesenmauer und dann voll die kleine kanone obendrauf was machst du so ich mauer mich jetzt ein ich mauer mich jetzt ein dann darfst du sterben und ich spiele weiter komm auf diesen berg irgendwo hochfahren was meinst du kann man das welchen berg meinst du der wo direkt links von meiner basis ist das sieht nicht so aus oder das sieht nicht so aus guck mal du siehst ja schon fast den ganzen Berg und da hinten glaube ich nicht ne gut forschungslabor 1 ist fertig ich brauche ich brauche gasturbine weißt du was du könntest du könntest du könntest da mit dem v2l truck hoch gibts die nämlich auch gut später dann ich brauche ich habe doch gar keine waffenfabrik ich baue jetzt erstmal verteidigung und forschung und erforsche die gasturbine gleich mal mit der waffenfabrik kannst du eh nicht bauen musst du eine v2l fabrik bauen ach ja ne doch ach ja richtig keine ahnung deine mutter und die sowieso ich rolle ein mutternbärchen auf dann walt es alle platt konstruktion abgeschlossen ich lass deine mutter stolpern dann fällt sie auf die feinlichen truppen und ich habe gewonnen mhm ja Laser-Satellit so ähnlich und schnellere forschung erforsche ich auch mal ich brauche trotzdem nur ein zweites kraftwerk vielleicht finde ich ja noch ein paar ne ne ich brauche erstmal abwehr stein um stein mauer ich mich luftabwehr müssen erforschen fällt mir jetzt auch grad ein greifen wie du es sagst ich wollte ja auch grad sagen luftabwehr müssen forschen ich fange damit mal an ja ich habe gerade wenig energie die Verteilungstürme brauchen ein bisschen was Zyklon kann man nicht direkt erforschen oder Klo kann man nicht was ist die billige Version erforschen können wir da bis in Zyklon B-Gas erforschen die Turrican, Zyklon und irgendeine gibt es noch ich kann meine eigenen Waffen nicht ne das spricht für dich äh Klo wie ist die andere noch zu wenig Energie ist auch eine Standardwaffe von BZ von daher ich habe schon ewig nichts mehr gespielt ich erforsche jetzt auch nichts mehr Neues und so weil ich habe gerade keine Energie ich baue immer noch an meinen Türmen welche Türme ach da oben jetzt habe ich wieder Geld ok Energie kannst du übrigens auch mit Linie ziehen ne mit den Türmen ne ich will da noch Luftabwehr reinsetzen musst nicht jeden einzeln machen oder will ich da Luftabwehr reinsetzen vielleicht will ich auch keine Luftabwehr da reinsetzen vielleicht will ich auch mit meinen Eilen spielen ähm ich habe da ein Loch in meiner Unterhose ich werde auch noch ein bisschen Aufhängung bauen glaube ich aber ich glaube ich baue mittleres Geschütz gleich ist die schnellere Forschung fertig also innerhalb einer Stunde innerhalb einer Stunde ok ja zwei Drittel hat's zwei Drittel nächstes größere Energieding endlich fertig da helfe euch mit das wenig schneller geht komm schon jetzt fertig fangen wir da rüber und hilf da noch oh nein du fängst schon mal unten an äh Konstruktion ähm Aufhängung Medium Hardpoint nein doch den baue ich jetzt warum keine Ahnung ob du es anders machen kann Aufhängung auch über Aufhängung schießen ja gut da unten ist ein bisschen wenig Platz um eine Linie zu bauen ich habe dazu entschlossen da oben jetzt erstmal komplett dicht doch zu bauen mit Türmen und so wenn ich die in der Kita zu wieder habe ich erkunde bis in die Karte Produktion abgeschlossen oh meine Forschung ist gleich fertig Forschung abgeschlossen so jetzt forschen wir schneller hast du schon Luftabwehr erforscht? ne ne doch kannst du bauen so fang ich erstmal da an ein wenig zu bauen fang ich erstmal da an ein wenig zu bauen nicht dass ich gleich wieder in die Luft gesprengt werde von irgendwelchen Fliegern komm die die schon? die brauchen die noch nicht Konstruktion abgeschlossen mir egal Verteiligung nichts anderes verforscht man Energiereaktor also du ich? ja ich hab grad minus 186 ich hab auch achso nein bei minus kann man nicht haben Konstruktion abgeschlossen bei Battlefield kann man Einheiten minus 1 Energie geben wenn man die Objekte bearbeitet das ist sau lustig wenn du die Runde startet explodieren erstmal alle Fahrzeuge und dann sind sie unbesiegbar praktisch auch ist ja das hab ich in meinem 100 Abonnenten Special gezeigt also wobei die KI schafft trotzdem gelegentlich 1-2% runter zu bekommen wie auch immer was irgendwie so wenig unmöglich ist aber was? was steht da? was hab ich erhalten? gar nichts ich hab nen Punkt gemacht für dich ja aber oben links stand noch irgendwas achso was soll ich damit jetzt? ja da kannst du sehen dass da Öl ist toll da steht schon ne Öl Ding weiter unten ja da bräuchte auch nen Bunker hin grad da steht auch schon ein Turm Konstruktion abgeschlossen ich warte lieber bis meine Verteidigung fertig ist bevor ich hier irgendwas mach da ist nur ein Sensorturm jetzt sag ich doch da ist ein Turm und da fährt irgendwas rum oh ein LKW ein schwarzer schwarzer LKW wir müssen raus aus Deutschland die schwarzen LKWs wieso hast du 5 da oben stehen? 5? ja 5 Energieölquellen oben bei deiner Basis wie viel? ah ich werd schon angegriffen du hast 5 5 oh doch da oben ist ja noch einer hast du keine ich werd schon ich werd schon angegriffen du mit Flieger hm das ist schlecht ja ich bau grad noch mal die Luftabwehr schon auf ich hab zum Glück schon welche stehen könntest du dich dann mal ein bisschen umgucken vielleicht hast du oben auch noch ein bisschen Öl ne ne lass mal gut sein ich bau lieber wegen Luftabwehr dann würd ich dir mal empfehlen ah ja ist nur so ein Tipp ne was geht los? Luftabwehr geht los du solltest oben vielleicht auch noch ein paar Türmchen hinstellen nicht dass sie da rein gefahren kommen also oben wo deine Luftabwehr steht jaa der Bunker zu geil hab ich was denn? schau mal wo du dein Bunker gebaut hast ah jetzt hat er aufgehört schade ja bitte jetzt hat er was anderes angefangen zu reparieren das war zu geil so wie siehts nach unten aus? wird noch gebaut hey hört auf die anzugreifen konstruktion abgeschlossen die können nicht viel haben sie greifen mich auf jeden Fall schon an mehrfach erforsche endlich mal ein größeres Kraftwerk ich hab keine Energie um das zu erforschen das geht doch schon die ganze Zeit ich hab auch keine Energie Mensch du hast doch 5 Stück 5 so Energiequellen und der LKW steht ja ich hab 6 hoffentlich ja wenn du dein LKW endlich mal befehlen würdest dass er was baut dann würde es vielleicht passieren es brennt noch es brennt es brennt na und Gott ich esse Pizza auch wenn sie noch gefroren ist wenn ich dann Pizza Eis hab ich was zum Lutschen ich lutsch gerne einen langen Ding an ähh ich führe über Parkett einen Lutschstandard dran das Ding ist eben gegen den Turm geflogen und erstmal kurz hängen geblieben also die ja der gegnerische Flieger gegen mein äh äh Kommandosender war ein bisschen zu tief gewesen ne ja keine Ahnung der wurde eh kurz danach abgeschossen oh oh und da kommen dann die ich glaube bei mir oben ist doch ah ja jetzt seh ich die Energiequelle aber die ist eh viel zu weit weg ich brauch noch mehr Flak naja Energie ist Energie ne also ich würd's mich holen da ist schon was drauf gebaut dann reiß es ab ich muss erstmal wegen Luftabwehr hier hin bauen sonst wäre das sonst reißen die mich wieder ab und reparieren muss ich auch noch und Panzer abwehren muss ich noch mehr bauen sicher ist sicher ähm Auffängungen Auffängungen Lancer Hardpoint hey süße willst du noch was richtig Hardpoint sehen ah Luftverteidigung hält schon der crasht immer wieder gegen den scheiß Turm Konstruktion abgeschlossen was ihnen doch nicht Spaß macht ja aber die beschädigen den auch immer wieder ich brauch noch mehr Luftabwehr Luftabwehr warum greifen sie dich nicht an was doch so wenig Luftabwehr was nur 3 ich hab schon viel mehr also Angst haben vor mir ich hab 7 8 ich brauch grad schon mal 9 das das musst du dir mal anschauen wie sie immer wieder an meinem scheiß Kommandozentrum Turm hängen bleiben ja ich hab schon grad gesehen ein bisschen ich glaub den muss ich einfach mal zerstören lassen dann gehen sie zu dir rauf vielleicht wirklicher weise ja sollte man mal tun dass ihr da unten nur 4 Lancer Tümer habt und ruhig mich ein wenig ach VT oder Track hab ich schon ok wo ich Lancer oder brauche ich leichte Kanonen da ich könnte doch mittlere Kanonen bauen aber dann sind sie so langsam und Konstruktion abgeschlossen ach ich baue Lancer was solls ich werd schon wieder angegriffen ach die scheiß Verteidigung die kostet immer so viel toll guck mal in der Mitte ganz toll ein Lancer und ein G-Bunker ja toll da wird mit Mörser drauf geschlossen ach so das ist ah die haben da unten Mörser hingebaut lustig finde ich super hätte ich genauso gemacht so der eine Ding steht irgendwie 10 mal so hoch wie die anderen soll das so sein guck mal bei meiner Wand aus Aufhängungen mal ganz rechts an ja das ist ja das ist wegen dem äh Untergrund was sieht super aus als du halt auch einen Berg gebaut hast darüber müsstest du auch äh das sind Holzplanken die halten fällt grad auf ich kann die unteren Türme nicht reparieren super Sache das ist alles ein bisschen lang gezogen wegen dem unteren Konstruktion abgeschlossen naja hab grad mein Kommandozentrum Turm verloren ich würd also damit rechnen dass wir jetzt vielleicht mal zu dir gehen oh nein erforscht du noch besseres Kraftwerk? mach ich die ganze Zeit ja oh oh ist grad fertig wieder eins ich hab kein besseres Kraftwerk mehr aber ich hab dort noch eine Energie Ressource ich brauch noch ein besseres Kraftwerk meins produziert immer noch zu wenig und zu langsam Energie bringt das überhaupt irgendwas? ja ganz wenig oh jetzt wird es mehr Energie erstmal noch das hier erforschen die ist ja erforschen und erforschen Mist damit wir neue SL-Power-Generatoren kriegen und schneller erforschen können so ich muss erstmal meine Mauer zu machen Konstruktion abgeschlossen greifst du dich schon an? nö sollte man mal korrigieren ich finde das super ich nicht oh doch jetzt kommen sie in die Flüge weil ich kein Kommandozentrum mehr hab wahrscheinlich bessere Luftfahrwehr haben wir noch nicht oder? die Bayern aber nicht aufs Kommandozentrum sondern auf meine Fabrik ja ich hab ja keine Fabrik ja ich hab ja keine Fabrik deswegen wahrscheinlich bessere Luftverteilung haben wir noch nicht neun was machst du überhaupt die ganze Zeit erforscht doch mal was ja muss ich immer alles hier erforschen so ich hab schon ganz doll viel erforscht ja gar nichts doch ich hab äh Dingsbums erforscht Kraftwerke bessere und Forschung einmal toll und sobald meine Verteilung steht werde ich weiter forschen aber bis dahin müssen wir noch nicht warten die haben da nen Lancer hingebaut schon ich hab doch Cobra jetzt aber schon ein bisschen so jetzt sind wir noch medium rumfahren hier mildere ähm Mercer, nein Hurricane ja wenn wir noch nix besseres haben weil Delfino nix erforscht dann eben so so meine Verteilung steht fast schon kannst du dir mal anschauen ja das sollte sie ein bisschen länger beschäftigen wo unten können sie noch dran vorbei ne was unten? wo unten? da können sie dran vorbei wo hä? was verlassen lauerst du da? da kannst du nicht hin bauen aber dann können sie dran vorbei ach die können ganz unten auch vorbei? die können einhänden können da vorbei was ist das denn für ein Scheiß? hä musst du da lang bauen an der Kante dann gehts ich hoffe mal dass sie von oben kommen ok ich bau unten auch noch lang das sagst du mir jetzt? guck mal das mach ich ja hier auch ey die greifen nicht mit Mörsern an auch ganz toll reparieren wir das nein nicht du fährst dahin haben wir Artillerie irgendwas? sag bitte ja nein haben wir nicht ach fick dich wir haben Mörser wir haben Mörser wir haben Mörser warte mal wir haben Mörser haben wir ja bau ich gerade brauchen wir doch dafür brauchen wir doch einen Sensor-Turm oder? wenn der schießen soll? ja gut dann soll ich das jetzt boah ist der Laster dämlich du sollst nicht versuchen durch die Scheiß Aufhängungen zu fahren das funktioniert nicht du kannst auch Port Rockets Artillerie Zeit bauen was? Port Rockets Artillerie Zeit ist die besser? ist dieses selten? die ist am Anfang besser jetzt baue ich schon Mörser der ist gleich fertig ist fast genauso gut hat auch gleiche Reichweite boah ein Sensor-Turm dahin du kannst ja das ja mal jetzt kann ich natürlich nicht steuern wo der Scheiß ein Mörser hinschießt ne? natürlich nicht Entwurfsmenü kannst du ja mal gucken hab ich gerade nicht ach so ok jetzt hatte ich gesagt da kannst du mal gucken was besser ist ähhhh Ribble Rocket Artillerie war besser oder? die war auf jeden Fall besser ja musst du aber erst forschen ja ich weiß ich baue erst mal meinen Sensor-Turm fertig das ist vielleicht cleverer komm schon mit Einheiten ne? ja bei mir noch nicht also bei mir schießen sie bisher nur mit Mörsern auf mich und der scheiß Mörser schießt natürlich nur auf die scheiß Aufhängung ne?